Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kerbal Space Program im Hardcore Mode. Unser Dreh ist, ach verdammter Mist, unser Moho-Länder MK1 befindet sich gerade auf dem Weg nach Moho. Wir haben schon ein gutes Stück der Strecke geschafft und versuchen jetzt noch schnell, bevor wir, Moment, der fehlt noch, bevor wir hier schon wieder nach EVE aufbrechen müssen, versuchen wir ja noch hier unseren Moho-Encounter hinzubekommen, in der Hoffnung, dass wir dann noch ein wenig Seins nach Hause schicken können, mit dem wir dann auch forschen können und neue Teile für den Weg nach EVE freischalten können. Wir hatten in der letzten Folge schon das Problem gehabt, dass wir unseren Encounter hier nicht hinbekommen haben, weil Moho ein gutes Stück vor uns liegt. Und jetzt war natürlich dann meine Frage gewesen, wie können wir das ändern, dass wir hier Moho noch erreichen. Ich habe gerade, oh, ach so, klar. Ich habe hinter dem Closed Approach mein Manöver gesetzt, deshalb ist er natürlich auch nach vorne gesprungen. Ganz vorsichtig hier dran. Ich habe mir nämlich gedacht, wie könnten wir das ändern, dass wir hier, also dass wir diesen Closed Approach kleiner bekommen. Wir können natürlich auf der einen Seite hingehen und können versuchen schon hier unseren Orbit zu schwenken, also in diese Richtung hier. Dadurch sollte der Closed Approach natürlich kleiner werden. Dadurch wird aber auch unsere Geschwindigkeit größer, mit welcher wir nachher bei Moho ankommen. Und ihr seht auch gerade unten schon, wie viel Delta V wir hierfür noch verbraten müssten. Das geht über die 1000 noch drüber. Ich meine, wir haben noch jede Menge, aber ich meine, die 1363,6 Meter pro Sekunde, die wir jetzt hier reinstecken, um diesen Closed Approach von 10.000 Kilometern hinzubekommen, die müssen wir nachher, um unseren Orbit hinzubekommen, um Moho auch irgendwie wieder rausziehen. So, zusätzlich kommt noch hinzu, dass Moho ja natürlich ein bisschen einen eiförmigen Orbit hat. Weshalb es mir persönlich wirklich lieber wäre, wenn wir einfach einen Orbit hier hinsetzen würden. Diese Stelle, Sekunde, herzt. Und würden dann sagen, wir ziehen an dieser Stelle hier unseren Orbit nach unten. Und zwar so, dass wir in einem Jahr, also in einem Moho-Jahr, hier einen Encounter haben. Und wir sehen, da wären wir sogar mit deutlich weniger Fuel, mit deutlich weniger Delta V, kämen wir da aus und ich bekomme sogar einen Encounter hin. Wer hätte es gedacht? Sehr schön. Wir schauen mal kurz, ob wir hier noch ein bisschen was an diesem Encounter schrauben können. Dazu benutze ich mir besser meinen Precise Note, sonst wird das hier überhaupt nichts. An dieser Stelle, was passiert denn, wenn ich hier noch in ganz kleinen Schritten pro Grad... Ja, nichts, genau. Also wir sehen hier, wir haben einen minimalen Encounter. In 231 Tagen hätten wir den dann. Der bringt uns dann für eif nichts mehr, aber wir kämen für die Hälfte des Delta Vs zu... Wir kämen für die Hälfte des Delta Vs nach Moho und müssen dann natürlich auch nachher weniger bremsen. Wir müssen dann sowieso am Ascending Note, Descending Note, am Ascending Note noch mal ein bisschen korrigieren, denn ich bezweifle, dass wir auf diesem kurzen Stück hier... Wir haben einen Encounter bei 231 Tagen, 2 Stunden 43 und hier... Also wir hätten gerade mal knapp eine Stunde Zeit. Ne, wir haben knapp eine Stunde Zeit. Ja, eine Stunde Zeit reicht, um uns von unserer Geschwindigkeit runterzubremsen. Sollte eine Stunde nicht reichen, dann reicht auch unser Delta V nicht, dass wir dabei haben, denn wir haben hier noch für maximal zwei Minuten Brennen... ...Fuel dabei. Also für maximal zwei Minuten Brennen-Fuel dabei. So, ich würde sagen, den Nebenwarn, der ist deutlich besser. Ist natürlich das Problem, dass wir dann zuerst noch den Flug nach EVE starten müssen. Ich sehe gerade 34 Tage, den könnten wir also noch angehen. Da hätten wir noch zwei Tage Luft, bis wir nach EVE müssen. Ist für mich genug Zeit, noch eine Rakete zu bauen und die aufs Startfeld zu setzen... ...und wieder mit einem Slingshot dann in Richtung EVE aufzubrechen. So, ho, ho. Dann würde ich sagen, machen wir den hier nochmal zu. Und dann sieht es auch von den weiteren Zeiten so aus, als könnten wir den Flug nach EVE und den Flug nach Moho... Nein, den Flug nach Moho können wir nicht setzen, der ist ja erst in 231 Tagen, aber den Flug nach EVE bekommen wir auf jeden Fall hin. Voraussetzung, ich treffe. Und dann können wir wenigstens schon mal vor unserem Drehs-Encounter ein paar Wissenschaftspunkte für... Sekunde mal gerade, mir fällt da was ein. Hatte ich von dem schon meine Inclination angepasst? Werden die Nodes mittlerweile gespeichert? Vollkommen egal, wir werden mal schnell schauen, was unser Drehsländer hier macht. Ob ich damals schon dran gedacht habe, meinen Ascending-Node an die richtige Position zu schieben. Oder ist in 200 Tralala-Minuten, äh, Tagen mein... Mein Note. Ja, Tatsache, okay, gut. Aber das ist noch so lange. Ja, nein, 112 Tage. Ja, 112 Tage. Okay. Okay. Nix gesagt. Nein, da waren wir hin. Was würdest du? Ja. Ich hatte nur kurz... Mir ist nur kurz das Herz in die Hose gerutscht, als ich gesehen habe, dass es noch so ewig ist. Und dass unser... Dass unser Drehsländer schon... So weit hier quasi... Achso, ich habe das... Boah, stehen geblieben. Wir wollten vorworben bis zu unserem Manöver hier. Wir nehmen RUB den Note ins Visier. Target Moro? Hä? Niemals. Hattde ich nie gesagt. Und dann führst du mir bitte den Note aus. Ähm... Nv. Shit, ich habe geladen, ne? Dann gehen wir mal kurz Gas. Mach da nicht. Tja, jetzt müssen wir die 20 Sekunden leider kurz auswarten, ausharren. Und sehen, ob er jetzt Gas gibt oder nicht. Ich habe kurz auf Umschalttaste gedrückt. Scheinbar nicht. Demnach würde ich sagen, wir... Warpen vor. Und drücken die Daumen, dass das alles so funktioniert. Wir haben für eine Minute... Nein, wir haben... Doch, wir haben für eine Minute 41 brennend. Also wir können eine Minute 41 brennen. Und ich hoffe... Ich hoffe bei dem körbolischen Gott, dass das so funktioniert. Ich tue es noch zu. Und... Weiter geht's. Go for it. Zack. Brems und... Feuer frei. 40 Sekunden. Sehr gut. Das hält unsere Engine noch aus. Sehr schön. Können wir da noch ein bisschen zusehen, wie sie hier rumwobbelt. Vor der Sonne. Energie ist voll. Waste Heat geht hoch. Oh, das ist nicht gut. Vermutlich, weil wir näher an die Sonne kommen und die Radiatoren hier nicht mehr so gut arbeiten. Wir sind bei 288 Grad Kelvin, wenn ich es richtig hier ablese. Interessant. Können wir eventuell hingehen und könnten versuchen, ob wir noch genug Fuel, noch genug Energie behalten, wenn wir hier hingehen und eine zwei dieser Solarzellen zumachen. Ach, shit. Eine Minute und acht Sekunden. Hilfe! Ach. Komm, spul vor. 50, 40, 30. Das kann man sich nicht ansehen, das da. 10, 9, 8. Wieder raus aus dem Warp und zu. Klick. Los. Ja, okay. So, jetzt würde ich gerne sehen, dass die, ähm, die Zahl hier nochmal kleiner wird. Äh, wir können noch kurz kontrollieren, ob wir unseren Encounter hinbekommen. Nein, natürlich nicht. Ach. Das ist ein closest Approach von gerade mal 362.000 Kilometern. Ähm, jetzt heißt es, wieder an der gegenüberliegenden Seite korrigieren, indem wir ein klein bisschen bremsen. Äh, nee, das gefällt mir so eigentlich gar nicht aus da. Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Manöver-Node-Chaos. Okay. Klein wenig Manöver-Node-Chaos. Ich packe mal den Precise-Node aus, da geht das Ganze wieder ein bisschen besser. Entfernen. Null. Äh, das regeln wir am besten, indem wir hier dran drehen. Äh, wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Was tut es da? hallo hallo ich krieg meine engine wieder nicht aus was tut es da ich krieg gerade die krise die engine brennt mit 18 kilonewton dieser flugcomputer ist die absolute hölle sage ich euch taget mann kennenzulernen command ich höre das ding doch brennen dann sieht er warum kann ich natürlich nicht weil gas gegeben wird ballern gerade ein bisschen fuel kostet ja nix kann ich hier mit physikalischen wort gas geben dass wir hier ich flippe aus so jetzt ist irgendwas aus die engine ist aus ich höre keine geräusche mehr hier ist noch mal auf null hey ich krieg die krise echt merken zuerst hier am besten ausmachen und zumachen und scheiß die wand an wirklich sei das target target moho ok jetzt hier oben ad manöver und ich will jetzt nicht sehen dass ich noch mal gas gegeben ist das klar meine nerven so 10 ja genau den wollte ich nein den wollte ich doch nicht 0,8 0 der da der da so das können wir jetzt nämlich unsere beiden marker hier annähern aneinander annähern und bekommen einen counter hin bekamen einen counter hin wo ist er muss hier focus view periapsis von vier mille wir sehen wir schießen wieder unten drunter vorbei 4,3 4,2 4,2 ok so ok und den kannst du jetzt von mir aus ausführen aber wirklich nicht jetzt nicht nochmal anfangen zu brennen gut meine güte Leute es ist also man könnte fast meinen man müsste verzweifeln ähm der nächste das nächste manöver ist in 94 tagen das problem an der geschichte ist dass wir natürlich erst in ähm dass wir schon in zwei tagen nach Eve aufbrechen müssen deshalb werden wir uns hier einen ähm alarm setzen für den nächsten manövernaut und bitte am besten mit einer stunde vorlaufzeit damit ich genug zeit habe mir mein programm zurecht zu legen und äh das signal zu verschicken ja ok und dann würde ich sagen oh shit schaut mal der ist sogar nach dem dresländer der äh der 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 das manöver hier ist unser ähm korrektur burn für unseren dresländer ja und dann würde ich sagen ähm viel verpeiltheit heute es tut mir wirklich leid ähm lief bei mir eindeutig besser bei meinem persönlichen spiel äh ich werde jetzt ins Vehicle Assembly Building zurückgehen eventuell mal noch hier eine zweiter Solaranlage einfahren bevor wir hier aufhören wie gesagt zurück ins Vehicle Assembly Building gehen eine schöne Rakete bauen und äh mit der werden wir dann in der nächsten Folge nach EVE aufbrechen. Ich bin fast so weit, dass ich sage, wir fliegen bemannt nach EVE. Das mit diesen Drohnen hier ist ja wirklich katastrophal. Naja gut. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich wieder einmal dafür, dass ihr zugesehen habt. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao. Euer Ben.